My Lady, du hast gerade jemanden erschossen. Es war ein Unfall. Auch so ein zartes Pflänzchen wie wir. Oh, lauter verletzt. Da ist das wunderbar. So lieber schlecht gefahren als gut gelaufen. Ich hänge fest. Was zappelt da hinten auf dem Rücksitz? Was ist das? Danke, der Nächste. Oh, wir müssen wunderschön sein für die Männer. Nein, wir haben ihn noch nicht geräumt. Da hinten sehe ich noch rote Kulern. Schau nach oben, meine Liebe. Das siehst du. Und der letzte Sektor. Äh? Da. Da, 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 da. Auf der anderen Seite. Da. Da ist er noch im Wasser. Im Wasser. Oh. Wo sind wir hier, meine Liebe? Ich kann es dir nicht sagen. Ein komplett unbekanntes Land. Wie sind wir hergekommen? Was machen wir hier? Ich weiß es nicht. Ich sitze an einem MG. Ich habe geschossen. Das gefällt mir. Meine Liebe. Sie vergessen sich. Entschuldigung, meine Lady. Ja? Du bist eine Lady. Du bist eine Lady. Und du bist eine Lady. Wir können beide Ladies sein. Aber eigentlich verabscheue ich Gewalt. Ich auch. Aber es macht schon Spaß, dieses Ding hier zu benutzen. Einfach wie blöde. Den Abzug durchzudrücken. Oh, wir haben eine ganz neue Waffe, meine Liebe. Ich sehe es. Mein Herzchen. Ich sehe es. Oh. Es wird geschossen. Auf uns. Stauben. Oh, das gefällt mir. Rettung. Menschen retten. Oh, ist das angenehm. Das ist meine wahre Bestimmung. Meine Lady, du hast gerade jemanden erschossen. Aua. 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 Es war ein Unfall. Ich habe das Lachen in deinen Augen gesehen. Du hast es genossen. Nun ja. Ein wenig. Wir müssen zu Bertha. Wohin denn, mein Bester? Wohin denn? Wir sind doch gerade erst gekommen. Gekommen. Du. Sie beliebt uns zu scherzen. Meine Liebste. Etwas Spaß muss sein. Wo stürmen wir jetzt hin? Ah. Ja, ich weiß. Wo stürmen wir jetzt hin? Ah. Was ist denn? Was hast du denn? Was gibt es denn zu entdecken? Ah, du blödes Stück. Wir müssen zu A. Ach so. Also manchmal bist du dumm wie Bodenstroh. Was machen wir überhaupt? Wir laufen wie die... Wir laufen wie die Bekloppt. Den hast du in den Kopf geschossen. Es war nicht meine Absicht, meine Liebe. Nicht meine Absicht. So. Wir stehen kurz vor A. Oh, den habe ich fast übersehen. Ich auch. Ich auch. Ui. Ui. Können wir hier auch sterben? Ich glaube nicht. Das ist doch nur ein Spiel. Rettung. Rettung. Wieder ein glückliches... Aldo. Aldo. Ich meine. My Lady. Glück gehabt. Mann. Wir sind zu fett. Das sage ich dir schon seit Monaten. Wir müssen abspecken. Ein paar Kilos. Weniger auf unseren Hüften würden uns nicht schaden. Willst du damit sagen, dass wir fett sind? Nein. Wir sind nicht fett. Wir sind... Kräftig. Kräftig. Ja. Aber das hört sich auch blöd an. Weil wir sind doch zarte Ladies. Zart beseitigt. So. Das Sektor gehört uns. Ich sehe. Du sprichst eine ganz andere Sprache, meine Liebe. Ich habe mich angepasst. Oh. Diese zwei Unhäute sind ineinander gefahren. Sie haben sich angebummst. Oh. Meine Liebe. Das gefällt mir. Immer diese Wortspielereien. Hier schon wieder ein Panzer. Ist ja groß. Und so stark. Mann. Wir laufen uns unsere schönen Hackenschuhe ab. Stauben. Stauben. Er hat ihn schon belebt. Das wäre Verspendung gewesen. Ich weiß. Ich weiß. Deswegen habe ich es ja dann auch nicht mehr gemacht. Es brennt. Oh. Was? Meine Liebe. Ich habe den Überblick verloren. Ich auch. Aua. Aua. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Und retten gleich meinen. Oh. Wir wurden gerettet, meine Liebe. Wie wir. Hier. Schnell. Ja. Wir sind für dich da. Wir beide. Oh. Noch einmal. Oh nein. Hat er uns weggenommen. Granate. Granate. Meine Liebe. Ich sehe. Du bist voll im Bild. Oh. Der ist tot. Umsonst gestaubt. Da ist noch einer. Hin. Wir kommen. Wir kommen. Aua. Aua. Huch. Wir müssen wieder zu. Ah. Oh. Ein Verletzter. Mist. Was machen wir? Wir werden getroffen. Stürmt wo? Stürmt wo? Geschickt. Geschickt. Wo ist dieser Rübel? Da. Heilung. Mein Bester. Nicht getroffen. Du kannst nicht schießen. Gib mir das Gewehr. Nein. Nein. Du bist fürs Heilen zuständig. Oh ja. Ein schöner Schuss. Heilung. Wenn wir das Erna erzählen. Beim nächsten Kaffee klatschen. Sie würde sonst nicht glauben wo wir waren. So. Dieser Bastard. Aber wir haben ihn noch erwischt. Danke. Meine Beste. Auch so ein zartes Pflänzchen wie wir. Und heilend. Wie blöd bist du eigentlich? So. Wir können wieder mitspielen. Aua. Schon zu spät. Zu spät. Zu spät. Hier. Ja. Schrei doch nicht so. Meine Ohren. Meine armen Ohren. Hinlegen. Hinlegen. Granate raus. Ja. Schleichen uns. Um das. Mist. Halt. Warte. Wir wollen doch mit. Ich will nicht so weit laufen. Oh. Über den Haufen gefahren. Alter. Was machst du da? Komm meine Liebe. Es ist nicht mit zum Ansehen wie der Pferd. Wie ein besoffener Durfköder. Sehr schön gesehen. Sehr schön gesehen meine Liebe. Granate ist unterwegs. Wo steckt der? Erste Hilfe. Und zweite Hilfe kommt auch noch. Da vorne. Er braucht erste Hilfe. Hier. Erste Hilfe. Oh. Sehr schön. Nein. Erste Hilfe vor Trefflichkeit haben wir erlangt. Wird es uns denn nicht gelingen dieses A zu erobern? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht meine Liebe. Wir versuchen es doch. Und versuchen es. Und versuchen es immer wieder. Und immer wieder. Aber du weißt. Auch Egon ist ein Sturgopf. Oh. Eine Kanade. Huh. Huh. War da einer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sehr schön. Meine Liebe. Wir finden langsam Gefallen daran. Irgendwie schon. Es hat was für sich. Es hat was für sich. Und wenn. Wenn wir das. Kaffee kratzen. Hinter uns. Oh. Da ist wieder ein Verletzter. Rettung naht. Nein. Ui. Medizin. Hilfe. Ui. Wir sind genau richtig. Oh. Das ist nach meinem Geschmack. Oh. Lauter Verletzter. Ist das wunderbar. So. Oh. 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 Auch uns wurde geholfen. Ui. Schnell. Schnell. Danke. Höflichkeit muss sein. Auch im Krieg. Sehr schön. Meine Liebe. Sehr schön. Nein. Die Waffe. Er hat es noch nicht gecheckt. Er hat es noch nicht gecheckt. Knall ihn ab. Knall ihn ab. Knall ihn ab. Da ist noch einer. Knall ihn ab. Knall ihn ab. Nein. Danke. Meine Liebe. Aber du vergisst dich. Ja. Ich merke es. Es geht mit mir durch. Ein Flugzeug. Am Himmel. Danke. Schöner Mann. Ein gar schöner Mann hat uns gerettet. Komm. Wir nehmen das Mobil. Will jemand mit? Ja. Noch jemand? Nein. Dann fahren wir jetzt. Hahaha. Guck wie wir fahren. Wunderbar. Ist das. Oder? Lieber schlecht gefahren als gut gelaufen. Ich hänge fest. Mist. Den hätte ich gern über den Haufen gefahren. Über den Haufen gefahren. Nein. Wo ist er hin? Wo ist der hin? Da. Sehr gut. Hi. Wir sind verletzt. Wir sind verletzt. Wir bluten. Granate. Schnell. Medizin rein. Nein. Ein ganz schönes Durcherlander hier auf der Straße. dieser Mappe. Ich glaube das heißt Map meine Lieben. Map. Was soll das sein? Es ist Englisch. Für Karte. Oh. Englisch. Da fällt mir unsere Teestunde ein. Wo? Unsere. So. Hier sind noch welche. Wir erobern immer noch nicht. Die Roten überwiegen. Aber wo sind sie? Wieso erobern wir nicht? Au. Au. Hinter uns. Hinter uns. Hier. Heilung. Rettung nah. Das wäre wieder. Nein. Wir müssen wieder fahren. Nur weil uns dieses Monster erschossen hat. Rein hier. So. Fahrt meine Liebe. Was zappelt da hinten auf dem Rücksitz? Was ist das? Es sieht furchtbar eklig aus. Was soll das sein? Oh. Wir hätten wahrscheinlich besser auf die Straße achten sollten. Ein vortrefflicher Sport. Wir müssen nicht mehr weit laufen. Aua. Aua. Wir werden... Was macht er? Ach. Das große Zucken. Wir sind dabei, A zu erobern. Endlich. Gelingt es uns? Wird es uns gelingen? Es sieht gut aus, meine Liebe. Es sieht sehr gut aus. Was explodiert hier um uns? Wir sind verletzt. Was? Wo sind wir hier reingeraten? Schnell in die Hütte. Ui. Das war aber allerletzte Eisenbahn. Aber sowas von... Hallo. Ziel Anton eingenommen. Anton. Wir haben Anton genommen. Meine Liebe. Du vergisst dich schon wieder. Man möge mir verzeihen. Ich höre Schritte. Steps. Hast du eigentlich deinen Häkelkurs mittlerweile abgeschlossen? Natürlich. Letzte Woche. Ich habe einen Topflappen gehäkelt. Das war einer von uns. Rettung. Wir wurden gerettet. Ui. 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 Einen Topflappen. Oh. Wie schick. Ich sehe nichts. Alles voll gestaubt. Rettung. Stand dann eben dem. Oder sie. Oh. Ein schönes Gesicht. Kann nichts entstellen. Es staubt. Es staubt überall. Oh. Oh. Eine karmächtige Explosion. Oh. Hier vorne. Sie spielen die Melodie des Todes. Aua. Wo schießt du hin? Ich wollte stauben. Ich hatte aber das falsche. Das falsche Gerät in der Hand. Oh. Gerät. Oh. Schnell weg. Schnell weg. Meine Liebe. Was ist denn heute los mit dir? Vergiss dich andauernd. Und diese sexuellen Anspielungen. Diese Schwingungen, die ich hier vernehme. Wo kommen die denn her? Au. Wir sind hingefallen. Warum das? Schön gesehen. Schön gesehen. Ich kann es dir nicht sagen, was mit mir los ist. Oh. Er kam gestürmt wie ein wilder Stier. Beim Anblick unserer Schönheit. Danke, der Nächste. Oh. Wir müssen wunderschön sein für die Männer. Mann. Ja, wie ich schon sagte. Du bist eine Lady. Man sollte schon mal in der Sache sein. Ja, aber. Du bist auch eine Lady. Wir sind beide Ladies. Wir müssen weiter zu Bertha. Es ist ein gar weiter Weg. Und unsere schönen Füße. Ich habe schon Blasen. Blasen. Meine Liebe. Ich bitte dich, ja. Komm zurück. Auf den Ernst. Der Tatsache des Bodens. Oder so. Auf den Boden der Tatsachen. Genau das meine ich. Und das meinst du. Ah, okay. Hast du Hit? Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Au. Au. Wir kriegen es noch. Wir kriegen es noch. Wir haben es geschafft. Geschickt, wie du dich bewegst. Wie eine Gazelle. Wo ist dieser Unhold hin? Er ist weggefahren, glaube ich. Weggefahren. So, wir müssen... Bertha. Was wolltest du eigentlich sagen von Hedwig? Hast du der fetten Hedwig eigentlich gesagt, wo wir sind? Nein. Natürlich nicht. Soll sich sich doch wieder das Maul zerreißen über uns. Oh. Oh. Eine rührselige Seele. Schnell hier rein. Er sah so mitleiderregend aus. So jämmerlich, wie er da lag. Oh, wir haben den Sektor geräumt. Ach ne. Wir müssen... Nein, wir haben. Wir haben den Sektor geräumt und müssen nun den letzten Sektor erobern. Nein, wir haben ihn noch nicht geräumt. Da hinten sehe ich noch rote Kulern. Wie wir uns auskennen mittlerweile. Es ist fantastisch. Ja, und wie gut wir schießen können mittlerweile. Es ist fantastisch. Wir finden sogar Gefallen daran. Hätte ich nie gedacht. Ich habe immer diese brutale Gewalt verabscheut. Oh. Oh. Wir müssen zurück. Irgendwie ist es komisch hier. Wir können hier nicht weiter. Was soll das sein? Wir müssen erst den Sektor räumen. Sektor gesichert. Ich glaube, jetzt geht es weiter. Oh ja, meine Liebe. Du hast recht. Du hast voll den Durchblick. Du hast es erkannt. Du hast es erkannt. Und Eva. Schau nach oben, meine Liebe. Das siehst du. Und der letzte Sektor. Nicht dahin, du... ...durfe Kuh, hätte ich fast gesagt. Hallo, ich bitte dich an. Nicht solche Worte. Nicht, wenn ich dabei bin. Nach oben, da oben. Und die Uhrzeit steht. Und die Anzahl der Manikäden. Ah. Ja, genau. Ah. Wir haben nur noch einen Punkt zu erobern. Hier war doch irgendein Schleiner, der uns erschossen hat. Er ist weg. Er ist weg. Aber dafür feuert es dort aus allen Rohren. Sei vorsichtig. Nähere dich mit Bedacht. Wir kennen uns hier noch nicht so gut aus. Dieser Ort ist kein Fremdland für uns. Hören wir Schritte? Ich weiß es nicht, meine liebe Frau. Das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Du triffst doch wieder nichts. Ich beleidige mich nicht. Schrei mich nicht an. Da, siehst du. Ich habe ihn getroffen. Da. 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 Auf der anderen Seite. Da. Gib mir die Waffe. Nein. Ich schieße. Aber erst rette ich den hier. Der bedarf uns. Stürmen wir dem Jüngling hinterher. Oh. Ein holter Jüngling. Wie er gekonnt schießt. Denkt dran. Wir sind Kanzellen. Wir bewegen uns leichtfüßig. Wir sind. Ja. Wir haben doch den Tanzkurs gewonnen. Denkt. Stell dir einfach vor. Wir sind auf dem Parkett. Des Tanzes. Und. Wir schwingen unsere. Graziösen Hüften. Da war niemand. Oh. Ja. Siehst du. Es wirkt. Es wirkt. Wir tanzen. Wir sind Tänzerinnen. Wir tanzen. Danke. Danke. Wir wurden gerettet. Dafür gibt es Heilung. Da fällt mir ein. Wenn wir wieder. Zurücksicht. Wir haben ja das Kämpfen gelernt. Wir sind jetzt brutal. Total. Ja. Dann haue ich der fetten Hittick eine aufs Maul. Sie hat es verdient. Ich mache mit. Dieses Elend. Stauben. Stauben. Ja. Hier auch nochmal stauben. Wir haben alles eingestaubt. Außer. Diejenigen, die wir eigentlich retten wollten. So gut, dass uns keiner getroffen hat. Da ist einer im Wasser. Im Wasser. JP2-Rakete wurde gestartet. Ist sie schon eingeschlagen? Ja. Ja. Nein. Da kommt sie. Ich höre sie. Mann. Das war aber hart. Oh. Oh. Ja. Oh. Welch schöner Mann. Ein schöner Jüngling. Ein Held. Schieß lieber du blöde Kuh. Ja. Wir haben gewonnen. Ein deutlicher Sieg meine Liebe. Aber sowas von. Hallo. Deutlich. Sehr deutlich. Und jetzt gehen wir nach Hause. Und dann hauen wir den fetten Hedwig einer aufs Maul. Ja. Das machen wir. Wir sind jetzt brutal.